Moin Moin und willkommen zu einem kleinen Vlog mit einem speziellen Thema und zwar dem zweiten Community-Treffen von Kerbalspaceprogramm.de Und dafür wollte ich nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren, denn am Wochenende, dem 3.6., das ist dieser Samstag, treffen wir uns in Berlin um 9.50 Uhr geht's los und wir sind dort bis 18 Uhr unterwegs mit einem vielfältigen Programm mit vielen Kerbonauten aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und wir werden gemeinsam das Science Center Spektrum in Berlin besuchen. Es wird eine Forschungspunkte-Jagd geben, das ist aber noch alles sehr geheim, was es da gibt. Da gibt es einen kleinen Mittagssnack und dann werden wir uns zurückziehen, um dem Kerbalspaceprogramm-Contest-Spielen zu frönen und gegen 18 Uhr wird das Ganze langsam ausklingen und für alle, die dann noch über Nacht in Berlin bleiben wollen, gibt es noch ein Abendprogramm und wer da noch Lust hat, vorbeizukommen, das Ganze kostet euch 20 Euro, daran teilzunehmen. Da sind natürlich die ganzen Eintrittspreise für die entsprechenden Lokationen mit dabei und wir werden uns dann dort auch sehen, denn ich werde auf jeden Fall auch da sein und der Emo-Jack, das weiß ich aus sicherer Quelle, wird auch da sein. Das heißt, wenn jemand von euch noch nicht weiß, was er an diesem Wochenende tun soll und vielleicht mal Berlin ins Augen fassen möchte, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link zum Anmeldeformular und da ist auch ein Link zum Forentrad mit allen Erklärungen zum Community-Treffen, wo es auch Mitfahrgelegenheiten gibt, eventuell fährt ja jemand aus eurer Ecke schon in die Richtung und ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere von euch noch vorbeikommt. In diesem Sinne sage ich schon mal, eine schöne Woche noch und vielleicht sehen wir uns ja am Samstag in Berlin. Mein Name ist Robert und tschüss!